Die fortschreitende Energiewende und notwendige Dekarbonisierung des Industrie- und Gebäudesektors machen den Einsatz von sektorenkoppelnden Systemen und Energiespeichern immer wichtiger. Aus diesen Anforderungen entstand Multitess, ein multifunktionales thermisches Speicherkonzept mit einzigartigen Vorteilen. Durch die sehr flexible Auslegung ermöglicht das System den Ersatz fossiler Energieträger in einer Vielzahl von Prozessen der Industrie- und Energiewirtschaft. Die Anlage ist somit der fehlende Baustein zur CO2-freien Energieversorgung und der Versorgungssicherheit in der Energiewende.